Wenn ich aus einer Hose eine Tasche nähe, mache ich die Träger aus den Hosenbeinen. Dabei sind die Stoffstücke oft zu kurz und ich muss zwei zusammensetzen. In diesem Video zeige ich euch, wie ich das mache. Den ersten Stoffstreifen lege ich auf meine Schneidematte mit der rechten Seite nach oben und zwar genau an eine Linie. Dann lege ich den zweiten Streifen mit der rechten Seite nach unten im 90 Grad Winkel ebenfalls genau auf eine Linie. Danach ziehe ich mit einem Bleistift und einem Lineal eine Linie von der Ecke, wo die beiden Streifen sich treffen, bis zur diagonalen Ecke, wo die beiden Streifen sich treffen, wie ihr es im Bild sehen könnt. Ich stecke die beiden Stoffstreifen mit Stecknadeln gut zusammen und steppe nun genau auf meiner Zeichenlinie. Danach schneide ich die Nahtzugabe wie üblich ab und bügle die Naht aus. Und dann lege ich die Nahtzugabe wie üblich ab und bügle die Nahtzugabe wie üblich ab und bügle die Nahtzugabe wie üblich ab und bügle die Nahtzugabe. Und dann lege ich die Nahtzugabe wie üblich ab und bügle die Nahtzugabe wie üblich ab und bügle die Nahtzugabe wie üblich ab und bügle die Nahtzugabe.